Willkommen zu einer weiteren Folge, die Upload 3, die, der Toten, ne, die Totenbeschwörer. Ja, die Totenbeschwörer. Ich bin auch dabei. Der Ho-Hu. Weiter geht's. Wir brauchen ja noch das eine Questziel, damit wir dann in diesen überfluteten Tempel kommen. Ja. Na wieder. Nein. Schatz, komm. Komm, komm. Das wird nichts. Wir haben den Klöcken, haben wir ihn jetzt eingetessen, sodass er nicht entkommt. Na, ich mach ja schon mehr. Das wird nichts. Der ist hin. Der hat eine Menge Zeug getroppt. Echt? Ja. Ja. Ja, das hat er getroppt. Oh. Das hat er vorher gehabt. Ich hab, äh, überhaupt ein Teil gehabt. Und ein paar Edelsteine hat er bei mir noch ein bisschen getroppt. Guck mal, das hat er vorher gehabt. Vielleicht schnittst du dir das was. Und das. Was war denn das? Was noch? Und das. Was hat er noch hinterschmissen? Was hast du hier nicht mit? Dein Hintkörter hält. Oh. Den hast du schon aufgehoben. Habe ich hier schon ausfogen? Hier, das Ding. Äh. Das wird nichts. Diese Kreatur wird sterben. Das ist ein bisschen. Kraft. Bisschen Platz hab ich ja jetzt. Oh. Bist du schon mal da in der Action? Bisschen Platz hab ich ja jetzt mit Laun wegmachen. Ja, was denkst, was ich hab, äh, nachher, äh. Wirst du denn, was du hast? Das ist noch nicht so weit. Das ist noch nicht so weit. Es braucht noch etwas Zeit. Das wird nichts. Oh, Level 44, geil. Das ist unmöglich. Ist er noch ein paar. Echt? Das ist unmöglich. Ich bin hier rein, bestimmt. Ich geh von aus, weil es blinkt und leuchtet. Klingt und leuchtet. Ich schätze mal, wir sind hier richtig. Also, ja, sieht schon richtig aus. Oh, da ist ein Goldmord. Der muss weg. Die Welt ist eurer überdrüssig. Ja. Oh. Nein. Es erinnert mich an meine Kindheit, als ich mit Onkel Deckert nach verlorenen Assefakten Das ist unmöglich Das ist wie in, dass du will das Angst einflösen bei den Gegnern von der Sterbendie, wenn die das wahrfallen Äh, weiß ich jetzt auch nicht Das ist unmöglich Das stimmt nicht das Ende Meine Macht wächst Das wird nichts Das ist doch wunderbar, keine Ruhe hier Oh, hier ist nur einer Was ist denn? Oh, ich glaube Nein Wir haben Ihnen den Rest Nein Was ist jetzt alles? Äh, glaube ja Oh, hier ist noch ein Büschlein Wir waren uns so sicher, dass wir die Fallen überwinden könnten, die die Urahnen für Grabräuber aufgestellt hatten Aber die Leichen meiner Freunde zeugen davon, wie töricht unsere Arroganz war Ich werde auch bald sterben Unsere Gier war unser Untergang Hast du dem nie zugehört? Na doch War doch vorbei Na, jetzt gräut das Bauen wir schon mal Bauen wir schon mal Denke ich mir schon Wieder richtig schön mit dir die Oblutze suchten Guck mal, da blinkt was Guck mal, da blinkt was Ja, da muss man eins abliefern Ja, da muss man eins abliefern Okay Auch wenn sie meine Brüder sind Werden sie euch dennoch nach dem Leben trachten Boah, das können wir zu Genüge Das wird irgendwie jeder bei uns, oder? Ja Guck mal, da Nein Das ist unmöglich Niemand betritt das Allerheiligste Ich muss mich noch gedulden Ich muss mich noch gedulden Erhebt euch, meine Brüder Erhebt euch und kämpft Ja, wo denn? Oh, hier noch einer Oh, äh, noch ein Porten Was hört ihr auf? Nein Meist du? Ja, er ist der Typ, dann holt er noch drei Anträge Nein Komm irgendwie ein paar Ausflug Es braucht noch etwas Zeit Es braucht noch etwas Zeit Nein Nein Der Axel geht, er bleibt mir schneller Ja Ja, ja Nein Nein Das ist ja Ich habe Ah Hänger Wie du hängst Hier müssen wir hin Ich weiß, aber hier war noch eine tote Leiche Oh, da war noch etwas drin Ja, da war noch etwas drin Doch hat er sich nicht mehr Doch hat sie sie stattdessen in missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie gegen uns in den Krieg geschickt vielleicht sterben wir aber nicht bevor wir sie zurück in die brennenden Höllen geschickt haben ich habe mir noch was hingelegt ich versuche mal das das ist mir sinnlich mein Inventorium geplatzt und aus den Eten das kommt Sprech mal an Götter ihr betretet nun unser größtes heiligtum der edle Held hat sich bis hierher durchgekämpft nur um zu sterben ihr ehrt euch wieder einmal und wen hast du da mitgebracht Adrias Tochter ich spüre Macht in ihr aber das spielt keine Rolle deine Mutter wird schon bald ein Schicksal teil meine Kleine das Bruchstück gehört mir tränkt diesen Tempel mit ihrem Blut nein was meinte sie damit meine Mutter wird mein Schicksal teilen könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein sie hat allen Grund uns zu täuschen leit diese Hexe kein Ohr dieser Kampf war zu leicht sie spielt mit uns wir müssen sofort zurück zu Onkel Deckard ja mein Inventor ist voll mein Inventor ist voll mein Inventor ist so dermaßen voll mein Inventor ist so dermaßen voll ja ach ist ja scheiß drauf also verkehreißen wir jetzt zurück ja dann müssen wir ja ich kehre in die Stadt zurück stimmt ja mal ganzes Hof kaufen so guck mal erstmal reparieren zack das kann ich mal holen mal erst mal schauen ob es überhaupt nicht in Phasen ist äh erst mal auszutieren weg äh das wird auch schwierig das wird nichts dann noch da das rein das rein und dann passt das wieder ich würde mal an quatschen was bist du unterfassend oder was mein Güter ja ich noch nie ja du du hast mal alles rausgeschmissen ne nö 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 ich glaube das aufgehoben was du weggeschmissen hast weil ich es verwertet hab ach deswegen darf ich nicht mehr da ok äh das wird nichts schaffst du es schaffst du es nö schaffst du es noch nicht schaffst du es äh warte muss ich mal überlegen äh nein noch nicht kann ich schon jetzt ein quatschen nein warum denn ne äh weil ich jetzt hier noch guck weißt du wie wenn ich guck bringt doch sowieso nichts du siehst doch nichts ich seh nichts meinst du ja was nun da oder nein na du siehst nichts du hast noch nie was gesehen ich seh nichts nicht warum nicht was ist doch nicht ich hatte doch hier was hä wo sie sind mach ich es weg siehst du siehst nichts mach ich es was was gott prozess zack 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 ne das nicht warte nur ah Mist na was denn äh irgendwann steht noch drinnen Rohr und zieht das IP voll in die Länge nein mach ich nicht ich schmeiß noch was in meine Kiste zack wie soll ich das drinnen noch also ich schmeiß das dann irgendwann offline irgendwie in der Donner du wolltest letzten Show offline dich ausrüsten neu hast du auch nicht gemacht äh das weiß ich aber auch nicht warum so fertig du gehst leer und ja bestell das beste das zweite Stück ist in Sicherheit aber ich weiß nicht wo sich das letzte befindet ich erinnere mich an ein Leuchten das auf ein Fischerdorf zuraste das muss Wertham sein ah brillant liebe Lea lasst euch vom Fehrmann übersetzen Nein ich hab auch vergabt nicht klar verdrückt ich hab ein paar neue Waren die wir bestimmen ich hab nachgekriegst ich hab mein Geist vor allem so und so und den auch großen Mitkämpfer ist mein gesamtes Minder weg oh das ist kacke ich suche jemanden der mich ans andere Ufer nach Wertham übersetzen kann ich werde euch übersetzen aber seht euch vor aus dem Dorf steigt Rauch auf die machen nur Krüllfelder meinst du? sie zerstören die Stadt flieht solange ihr noch könnt schön gesorgt Krüllfelder tot denen die sich der Macht des dunklen Zirkels widersetzen einer der Männer hat ein seltsames Artefakt aus seinen Netzen geholt es sah aus wie das Heft einer uralten Klinge aber ich weiß dass es mehr sein muss der Fischer hat sich mit mir gestritten aber ich habe ihn davon überzeugt es besser in der Sicherheit der Kapelle zu lassen ein heiliger Ort für ein heiliges Relikt was hast du mitgespricht? was was der aus dem Buch gesagt hat was weiß ich jetzt nichts wir müssen in die Kapelle helft mir meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle wir müssen zu ihnen was machst du da hin? kämpfen immer noch? ja da war doch noch Kick noch das wird nichts wie hier ich brauche ich dir da habe ich bloß das Bedrohung der Skillnager hast du nicht Kastil dort? nein kein Sinn kein Sinn ich verstehe jetzt so viel mehr ich verstehe jetzt so viel mehr äh ich wollte noch lila noch besser ich bin dran das ist unmöglich nicht da kommt etwas damit sollte ich es aufnehmen können ich kann mich nicht mehr das wird nichts ich weiß noch nicht mehr das ist unmöglich ich will es ist auf alle das wird nichts ich bin voll weg das wird nichts schön geflogen ja stufe 6 wo den anquatschen wird schon schulden ich bin Prozent Prozent wo wird sich umgucken wie hoch los hier ist nur ein Tor Okay. Dann muss man doch jetzt anquatschen. Ich gehe zurück nach Tristram, um zu sehen, wie es Onkel Deckard geht. Okay. Bye-bye, Leo. Äh, wo muss man nochmal hin? Ach, hier hin. Gut. Du Gold. Noch mehr Gold. Magda! Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Ich werde dem ein Ende bereiten. Neu Tristram. Äh, achso, ja. Du musst hier rein. Ach, ich vermisse diesen Darwiderspruch. Ja. Eigentlich. Also, sie hat es geleuchtet gehabt. Ja, und dann, du. Guck in Ordnung. Äh. Bist du nur noch dringend? Ja, hier komme ich nicht raus. Ich hätte es raus. Hä? Ich habe drauf gedrückt, und nichts ging. Du kommst. Kommst du nicht. Da drüben. Na eben, geh mal hier. Ja, ja, ein Haus. Ja, ja, annehmen. Ah, war mal platt, die Rolle. Es liegt an dir, Cain. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Leia wird einen schrecklichen Tod sterben. Äh, all dieser Schmerz, äh, all diese Zerstörung. Was, was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Meinem Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Ah. 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 Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Ah. 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 Du darfst nicht sterben. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Ah. Ganz wie ich vermutet habe. Das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Ah. 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 Weiß ich jetzt nicht. Ah. Dann mache ich es. Also. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020